ja hallo ich grüße euch alle so das ist die hecke die habe ich vorgestern gepflanzt also wie gesagt gedüngt ist die tief in der erde drin ja ich wollte nur mal ein kurzes video drüber machen wenn euch das video gefallen hat kommt nach oben da und abonniere den kanal kommt nächst irgendwann noch mehr projekte ja ich sag bis zum nächsten mal danke tschau